Moin zusammen, grüße euch zum Video. Schaut es euch an, am Sonntag bekommen wir von unserem leicht vergesslichen geliebten Bundeskanzler Olaf Scholz wahrscheinlich eine Rede. Die BILD am Sonntag hat hier verschiedene Informationen dazu, dass das am Sonntag wohl ausgestrahlt wird und grundlegend direkt mal die Frage, was hat er damit jetzt vor? Also meiner Meinung nach, was wird da schon großartig gesagt werden können? Er wird wieder zahlreiche Ideen und sonstige Sachen irgendwie in Aussicht stellen, die aber alle aktuell noch nicht beschlossen sind. Weil er agiert ja so besonnen, dass das jetzt nicht so schnell passieren kann. Ja und ich weiß, diese Besonnenheit habe ich ihm ja hoch angerechnet, aber wenn man sich überlegt, wie die anderen Minister beispielsweise agieren, dann sollte er denen vielleicht mal ein bisschen Einhalt gebieten, sodass wir nicht hier irgendwann in ein paar Wochen ohne Öl, ohne Gas und ohne Strom dementsprechend sitzen werden. Davor habe ich mittlerweile ganz große Angst. So wie es Robert Habeck, ich habe es heute Morgen im Allreddit-Kanal ja veröffentlicht, das Video, auch schon angekündigt hat, in Ostdeutschland und in Berlin wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Benzin nicht mehr genügend zur Verfügung haben, vielleicht wird eine Rationierung stattfinden. Das kann man sich nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Aber wir gucken rein in diesen Artikel hier ganz genau. Olaf Scholz wird nach Bildinformationen am Sonntag in einer TV-Ansprache direkt zu den Bürgern des Landes sprechen. Putins Situation und so weiter und das Ende des zweiten WK vor 77 Jahren. Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Dann bin ich mal gespannt auf die Rede. Die Ansprache soll Sonntagnachmittag aufgezeichnet und dann am frühen Abend von ARD und ZDF ausgestrahlt werden. Ja, das ist die übliche Beruhigungsschiene, die jetzt hier gefahren wird, habe ich einfach das Gefühl. Weil man doch merkt, dass viele Leute sehr, sehr unzufrieden und auch unsicher geworden sind. Selbst Leute aus Mainstream sind unsicher. Guckt die Regale im Supermarkt an. Das ist doch nur nachvollziehbar, dass wir in der Situation uns anfangen, Gedanken zu machen. Wenn eine Nancy Fazer als Innenministerin sich hinstellt und sagt, ja, wir sollten definitiv über die Versorgung, also die Sicherheit zu Hause auch mal ein bisschen nachdenken und ordentlich preppen, Vorsorge kehren. Ja, dann, ne, vor zwei Jahren, als ich hier die Videos dazu gemacht habe, da hieß es noch, ach Oli, was bist du denn jetzt für Verschörungstheoretiker? Ja, Vorräte zu Hause haben für zwei Wochen, für vier Wochen gar? Noch länger? Du hast ja doch nicht mehr alle, sowas werden wir doch nie brauchen. Ach, auf einmal ist das alles ganz anders, ne? Das kannst du ja auch nicht mehr ausdenken. Wirklich der Hammer. Aber ihr könnt dazu ja gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was da gesagt wird und was dann passiert. Jetzt nächstes haben wir was hier aus unserer tollen Windenergiebranche. Und so heißt es nämlich hier, Bundesverfassungsgericht. Windparkbetreiber dürfen gesetzlich verpflichtet werden, Bürger am Ertrag zu beteiligen. Und das finde ich super. Das finde ich grandios. Aber nicht aus dem Grund, den man jetzt hier auf dem Tisch direkt erahnen mag, dass es nämlich darum geht, dass die Bürger dann was abbekommen. Nee, nee. Das bedeutet nämlich, dass deutlich weniger Windräder gebaut werden. Warum sollte denn ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen hingehen und sagen, ja klar, wir investieren jetzt, ich sag einfach mal Betrag, eine Million für das neue Windrad da beim Oli vor der Haustür. Da müssen wir dem Oli aber monatlich 5000 Euro bezahlen, weil der daran am Betrag beteiligt wird. Ähm, nein. Warum sollten sie das tun? Irgendwann wird sich das Ganze nicht mehr rechnen. Und das muss man sich doch mal reinziehen, was hier passiert. Wie irrational so eine Entscheidung einfach nur ist. Bereits 2016 heißt es nämlich hier, hatte Mecklenburg-Vorpommern ein Gesetz verabschiedet, laut dem Windparkbetreiber einen Teil der Einnahmen an betroffene Bürger und Kommunen abtreten müssen. Das Bundesverfassungsgericht billigte dieses Gesetz nun. Ziel ist eine höhere Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie. Und der Didi schreibt einen ganz guten Kommentar hier. Zitat. Ich kann nur noch den Kopf schütteln. Für die ganze Gesetzgebung für Wind- und Solarenergie, also die ideologische Energiewende, wurde das Grundgesetz in der Auslegung gerade im Mittpunkt Marktwirtschaft extrem gedehnt. Geil ausgedrückt. Und nun wird der nächste Eingriff in die Marktwirtschaft höchstrichterlich bestätigt. Hier läuft ein ganz schräger Film auf dem Weg zum Volkseigentum. Und da kann ich wirklich nur zustimmen, das ist einfach nur noch irrational. Und man muss sich doch überlegen, warum haben wir das in den letzten Jahren immer vermehrt in zahlreichen Bereichen, dass es hier eine Steuer gibt, dann gibt es da irgendwie eine Rückzahlung. Ich nenne nur zum Beispiel die CO2-Steuer, wo wir angeblich irgendwie dann auch mal was zurückbekommen sollen. Ist bei mir bislang noch nicht angekommen. Ich frage nur so nebenbei, Herr Habeck, kommt da noch was? Ja, und warum geht man nicht einfach hin und senkt die Energiekosten? Ganz ehrlich, ganz einfach. Die Energiesteuern auf den Strom hier senken und damit ist doch allen geholfen. Dann brauchen doch die Bürger nicht noch eine Unterstützung dazu. Und die Energiefirmen sagen sich, okay, passt, machen wir weiter. Ja, das ist doch so simpel, oder? Sehe ich das falsch? Schreibt es unten rein. Am Sonntag sind die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Nicht vergessen, geht auf jeden Fall wählen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir jetzt hier eine aktuelle Umfrage, die heute veröffentlicht wurde. Nee, gestern, sorry, 5.5. Forschungsgruppe Wahlen, ZDF-Auftraggeber. 38 satte Prozent für die CDU, 18 Prozent für die SPD. Gleich auf, ganz krass, mit den Grünen bei 18 Prozent und die FDP bei 8 Prozent. Dann haben wir bei den Linken nichts. Die SSW mit 6 Prozent, die Piraten nicht. Und 6 Prozent bei der AfD. Und wenn wir das jetzt mal hier in direkten Vergleich nehmen zum Insa-Umfrage von der Bild, vom 3.5., also ein paar Tage alt, sehen wir, dass hier eine leichte Steigerung gekommen ist. Wir sehen hier von 36 zu 38 Prozent. Hier ist der definitive Abfall zu sehen. Genauso wie auch hier auf 16 Prozent und bei der FDP ähnlich. Hier die Linke ist sogar mit 3 Prozent drin. Und bei der Forschungsgruppe Wahlen ja gar nicht. Also da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und jetzt überlegt euch doch mal, was heißt das? Was heißt das deutschlandweit? Weil die Wähler können ja oder unterscheiden ja sehr, sehr häufig einfach nicht zwischen Landtagswahl und Bundestagswahl. Die sind halt mit verschiedenen Sachen, die den Bund betreffen, unzufrieden. Wie zum Beispiel die aktuelle Situation um Russland und die Ukraine und so weiter. Und sagen sich dann, dann wähle ich dementsprechend in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl. So, wie ich es eigentlich beim Bund machen würde. Das erst mal als Disclaimer vorweg. So, und dementsprechend, jetzt sehen wir hier, dass die CDU wirklich Top-Umfragewerte hat. Mit 36, 38 Prozent ist das wirklich der Wahnsinn. Na klar spielt da das Land auch eine Rolle. Das darf man nicht komplett vergessen. Keine Frage. Weil die SPD ist hier wirklich sehr, sehr schwach mit 18 bis 20 Prozent. Die wäre eigentlich natürlich stärker und die CDU ein bisschen schwächer. Nichtsdestotrotz gibt das eine Tendenz aus, wie ich finde. Und die Tendenz sagt ganz klar, die Leute sind unzufrieden mit SPD-Politik, wie sie gemacht wird aktuell. Die Leute sind zufriedener mit CDU-Politik, wie sie aktuell gemacht wird. Aber dazu passend, in einer Woche am Sonntag sind ja auch die Wahlen hier bei mir im Bundesland, in NRW. Und dazu gibt es nämlich auch von heute eine ganz interessante Umfrage. Und da sehen wir, dass das Gap jetzt nicht ganz so krass ist, wie gerade eben geschildert in Schleswig-Holstein. Hier sind wir 30 Prozent bei der CDU und 28 Prozent bei der SPD. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier klar, dass die CDU im Vorteil ist. Und das bestätigt ja nur mein Reden, dass die Leute bundestechnisch sehr, sehr unzufrieden einfach mit der Politik der SPD sind. Wir sehen das Ganze, wenn wir jetzt bei den Grünen hier gucken, 16, 17, 18 Prozent in dem Bereich hier irgendwo. Bei der FDP 7, 8 Prozent und so weiter. Wenn man sich das anguckt, noch vor Wochen waren sie hier teilweise schon ein paar Mal auch zweistellig. Das ist deutlich abgeflacht. Das sollte doch gerade der FDP wirklich ein Schlag vors Gesicht sein und sagen, ja Moment mal, hier machen wir aber doch vielleicht einiges falsch. Da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen und etwas ändern. Bei der AfD ist es schwer, da irgendwie so eine Tendenz zu sehen, weil wir sehen hier zwischen 6, 7, 8 Prozent bewegt sie sich. Und wir sehen aber jetzt nicht, dass sie hier irgendwie bei 10 oder 12 Prozent gestanden hat, wie es hier bei der FDP der Fall war. 12 Prozent hier, 12 Prozent da, 10 Prozent und dann deutlich abgefallen. Also bei der AfD, die dümpelt sie halt so ein bisschen vor sich hin. Aber schreibt eure Wahrnehmung dazu gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dazu passend gibt es auch noch einen Artikel hier in der Welt. CDU in Umfrage bei 2 Prozentpunkte vor der SPD. Weil wenn wir uns nämlich hier nochmal ganz genau angucken, sehen wir ja, dass die SPD sehr stark ist und die Grünen. Und das könnte ja wirklich darauf hinauslaufen, dass wir dementsprechend hier in NRW eine rot-grüne Regierung bekommen. Wieder mal. Wir hatten die schon mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Und wie schlecht das Land runtergewirtschaftet wurde, das sucht seinesgleichen. Also da waren wir ja richtig in Berliner Verhältnissen hier teilweise unterwegs. Und so steht auch einiges dazu noch in den Kommentaren, was ich euch vortragen möchte. Weißt dann hier, Todhoff, die Grünen könnten oder können auf deutlich Zugewinne hoffen. Rot-Grün unter Kraft, Hannelore Kraft, wie man eben erwähnt, hat NRW an den Rand des Ruins geführt. Failed Country Deutschlands. Aber jetzt betteln die Leute erneut diesen Wahnsinn herbei. Das verstehe, wer will. Und man muss sich auch nur mal um den ganzen Tagebau, was wir hier in Deutschland oder speziell in NRW auch haben, drum Gedanken machen, wie die Grünen sich damals positioniert haben und was sie dann schlussendlich, also im Wahlkampf gesagt haben und was sie dann schlussendlich auch im Landtag durchgesetzt haben und alles drum und dran. Also so über den Tisch gezogen hat kaum eine andere Partei irgendwelche Wähler in diesem Land. Und speziell hier in NRW. Also da kenne ich noch ganz krasse Storys von Betroffenen da auch aus den ganzen Gebieten. Einfach nur unfassbar. Aber den Leuten interessiert es offensichtlich nicht. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt, der hier bezüglich Rot-Grün angesprochen wird von Ulrich F. Die schlimmsten Negativfelder waren bis 2017 das Schulwesen, das Sicherheitspolitik und die Sicherheitspolitik und die Landesfinanzen. Wer sich daran noch erinnert, kann keinesfalls Rot-Grün wählen. Bei einer Neuauflage würde alles noch drei Stufen katastrophaler. Das darf man NRW, das sich gut erholt hat, nicht antun. Und da muss man wirklich fair sagen, also da hat hier die CDU in Verbindung mit der FDP über die letzten Jahre schon einiges besser gemacht. Nicht in Perfektion, keine Frage, aber besser als Rot-Grün sein muss sein. Dementsprechend, Freunde, ich habe das Video, hat euch gefallen? Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Ciao.